Hallo Easy Young Team, ich bin heute hier in Zündorf bei Rontara Lauf und nehme mit dem Team Just Run! Teil für euch. Viel Spaß! Teil für euch. Viel Spaß! Wie ist denn die Strecke heute so? Super, geil, hart, aber geil. Es war fantastisch. Ich war das nicht so anstrengend wie sonst durch den heißen Tagen. Achso, ja, also das Wetter war richtig schön, angenehm. Einmal dafür. Ganz optimal. Danke an alle, die hier mitgeholfen haben, das aufzubauen. Es war echt genial. Der Weg hat sich echt gelohnt und nächstes Jahr sind wir wieder hier. Auf alle Fälle wieder dabei. Ich bin heute für heute. Ganz beleganze plein! Gebilderiker. Exact. Ich bin heute für heute. Untertitelung des ZDF, 2020